Schwarz, weiß wie Schnee. Philipp, Adler. Wie weit kam die Eintracht in der letzten Saison in der Euroleague? Philipp, Halbfinale. Ich geh da, Mann. Ich mach das schon. Welchen Platz belegte Frankfurt am Ende der letzten Saison? Philipp, sieben, siebter. Ich bin bei TV Total weg, glaub ich auch. Nee, wie heißt das? Schlag den Rab? Aber ohne Johnnieren. Blamieren oder kassieren. Schlag den Star. Mit Elton? Kann man was machen? Gerne. Wenn der verlieren kann. Kann man was machen? Wo fand das Rückspiel in der vergangenen Saison statt? Philipp, in Wolfsburg. Montags, 20, 30 oder so. Was findet man in Frankfurt? Die Börse, den Bundestag oder den Bundesgerichtshof? Niklas, die Börse. Der hat auch mal einen Punkt gelassen. Welche Farbe hatten unsere Trikots im Hinspiel der letzten Saison? Philipp, Weiß. Ne. Ja. Niklas Grün. Fuck! Niklas Grün oder Max Grün, weiß ich nicht. Max Grün. Nee, weiß. Doch, weiß tatsächlich. Wer schoss das letzte Tor gegen die Eintracht? Boah, der ist schwer. War es A, Robin Knoffel? Nee. Jay Brooks. C, Max Jan. Philipp. Jay. Jay. Das war jetzt aber nur Geradmusik, ehrlich. Der Knobel, der Robber, der macht immer nur am Ende der Saison Tore. Und Maxi macht eigentlich keine Tore. Nur. Nicht nur Geradmusik, noch nicht nur Geradmusik, noch nicht nur Geradmusik. Am Ende der Saison Tore. Untertitelung. BR 2018